Hallo liebe Yoga Freundinnen, ich bin Melanie und ich bin Mitarbeiterin im Lagoa Yoga, dem einzigen Yoga, Pilates und Ballett Paris Studio in ganz Berlin nur für Frauen. Viele von euch haben bereits den Sommer mit uns auf den Bikini Berlin Terrassen verbracht. Und jetzt ist es endlich soweit. Nach einer wahnsinnig langen Zwangspause öffnen wir für euch am 6. September wieder unsere Türen. Alles ist vorbereitet. Wir haben die Dielen geschliffen und geölt, wir haben gestrichen und wir haben Dinge repariert. Vor allem aber haben wir in allen Räumlichkeiten Lüftungsanlagen installiert, sodass wir, unsere Trainerinnen und Trainer und vor allem ihr, ganz entspannt in den Herbst und Winter starten könnt. Wenn ihr noch nie bei uns wart, könnt uns gerne mal in der U-Land-Straße besuchen. Alles, was ihr für einen Studiobesuch braucht, ist ein tagesaktueller negativer Corona-Test, ein Impf- oder genesener Nachweis. Wir freuen uns ganz doll auf euch. Bis bald. Namaste.